Unter ein aus der rechten Himmler! Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen. Dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Holen Sie mir, Fegelein! Recht, recht. Ich habe den kleinen Tiefel zerreißen. Den halten. Der vielleicht schon da ist! Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Den Tausenden von Verletzten. Aber es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Aber mein Führer, die 12. Armee erschibt nach Westen, Richtung Elbe! Dann soll die Armee bekehrt machen! Dann entblüßen wir die Westfront! Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin, der Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant. Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da Eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Sperren! Die müssen evakuiert werden. Es ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Nikolaus Joy! Ich höre Sie ins Weiß! Herr Zünn! Die Gäu! E seeing aus. Und die Gäu- füre! Ich höre Sie ein zastos... Wüß! All right.